Heute haben wir einen richtigen Exoten am Start. Ich habe das erste Mal einen Škoda Octavia RS am Start. Škoda, 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 wie ihr immer es nennen wollt. Für mich ist es in dem Fall eigentlich ein Golf GT. So, Škoda Octavia RS, 2 Liter TBC Motor drin, 220 PS, 950 Newtonmeter. Woher kommt es das bekannt vor? Genau, aus dem Golf GT. Das ist der gleiche Motor wie im Golf GT. So, nur das Auto ganz günstiger. Die Farbe finde ich mega cool. Zu der Farbe gibt es eine Geschichte. Und zwar wollte der Kunde eigentlich den Weißen haben, ist zu Škoda gefahren, hatten keinen da. Dann sagten die immer, wir haben nur noch so eine Farbe da, das ist im Lager, will keiner haben. Will keiner haben. Geben wieder nochmal 4.500 Euro Rabatt. Der Kunde, klar, okay, nehme ich mit. Also bei der Farbe hier 4.500 Euro günstiger. Ich glaube in Deutschland ist das Ding aufpreisfristig. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was für eine Farbe ist. Für mich ist es Apfelgrün. So, wir machen das Standardprogramm. Downpipe Software. Eigentlich, was wir machen, was für 20 PS, 350 Newtonmeter sollen sie machen. Machen die auch alle eigentlich, weil die 2. TBC Motor eigentlich wirklich sehr gut sind und das machen, was sie machen sollten. Eingangsmesse kommt jetzt. Downpipe Software später. Geht jetzt alles per OBD. Auch die 2016er Modelle, 2015er Modelle gar kein Problem. Und dann geht es gleich dann wieder weiter. Genau. 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 So, 220 PS soll er haben, 246 haben wir gemessen und 3,15 Minuten soll er haben, das heißt, der Wagen steht gut im Futter, hat S6000 auf die USA auch neu, ich habe ja gesagt, die 2. TFSI laufen wirklich geil und jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt mache ich Software, Downpipe und dann sehen wir da vorne auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Zahl. Ach ja genau, es gibt den Skoda RS230, den haben sie jetzt in Allrad gebracht, das ist ein Frontkratzer, hat nochmal 10 PS mehr, also ich glaube Skoda hätte da mehr so die Golf-R-Geschichte machen sollen, das heißt, so 300 PS machen und dann Allrad und dann ist das Ding, der grenzt ja so ab. Also ich glaube 10 PS mehr und mit dem Allrad ist das Ding um einiges langsamer, außer vielleicht von 0 auf 100 oder 0 auf 60 als der Frontkratzer hier. Das, was ich noch gesagt habe und jetzt geht es gleich weiter. So Skoda Octave RS in einer geilen Farbe, wie ich vorher schon gesagt habe und das ist glaube ich ein Auto, das auch sehr interessant ist für euch, weil davon ja wahrscheinlich mehr Dinge rumfallen in Deutschland, aber ich glaube mehr Kombis. So, das haben wir gemacht, wie gesagt, die Downpipe und die Software. Beim Golf 7 GT und Air ist es die Downpipe und das Hosenrohr vorne, was noch ein kleines bisschen anders ist. Bei dem Octave RS ist es nur die Downpipe, da muss man das Hosenrohr ein bisschen kürzen, ja, normalerweise, weil der hat vorne noch einen Schallnämpfer drin, ja, das heißt also, das ist ein bisschen anders gebaut, aber die Downpipe ist eins zu eins gleich, das passt da so wunderbar. So, jetzt machen wir die Leistung messen und gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es hier schon ungefähr, ihr wisst wahrscheinlich auch schon, aber der lag ja seriemäßig schon gut im Foto mit 246 PS, von daher wird das Ding Bums haben und das sehen wir jetzt. Zinne Zinne So, also, ich muss vorab sagen, wir haben 51,6 Grad andere Lufttemperatur, das heißt, der Wagen ist eigentlich schon viel zu heiß, wir hatten vorher ein bisschen beruhigend mit dem Schlupf, weil mit dem Doppelrollen hast du natürlich mit dem Frontkratzer wirklich, wirklich Probleme. Ja, der Fehler ist der Roller rausfahren, die Reifen drehen durch und und und. Wir haben trotzdem genau 300 PS und 498 Nm, also 500 Nm, 300 PS. Wenn wir jetzt abkühlen lassen würden, nochmal neu messen würden, wären wir so bei 3,15, 3,20. Bei der Hitze auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis, der Wagen geht gut, ich werde nochmal kurz Probe fahren und das war's dann von mir, würde ich sagen, und ja, subscribe, like, teilen und dann bis später. So Leute, wir haben den nächsten Tag, weil es gestern schon etwas zu spät war und der Kunde, dem das Auto gehört, ist übrigens ein sehr netter Österreicher, musste leider gestern Abend dringend weg, war aber so nett und hat gesagt, kein Problem, ich komme morgen nochmal wieder und dann kannst du ein Video zu Ende machen. Ist nämlich nicht selbstverständlich, finde ich sehr, sehr cool, also vielen Dank dafür nochmal. So, also wir sitzen im Škoda, 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 wie wollt ihr es nennen? Auf jeden Fall ist es ein Octavia RS als Limo. Ist ja eigentlich, glaube ich, in Deutschland auch sehr selten. Hier gibt es ein Kombi gar nicht. Also Kombi gibt es hier gar nicht und selbst die Dinger sind mega, mega, mega selten. Es ist doch schon so ein bisschen, muss man sagen, doch schon so ein bisschen ein Exot. Ja, auch hier. Ich finde die Autos ganz geil, muss ich sagen, und es gehört ja alles zur VHG-Gruppe. Von daher, unter uns, ob du jetzt einen Golf kaufst oder einen Octavia RS oder, sag ich mal, Golf GTI und Octavia RS, es ist im Grunde genommen eigentlich das gleiche Auto. Nur, dass das quasi eine Limousine ist und der Golf ein Hatchback. Wenn es jetzt eine Golf Limousine gäbe, wäre es eigentlich dasselbe Auto. Sieht auch von innen, das Lenkrad, das ist halt alles VAG. Die Knöppe, das Navi, das sieht ein bisschen anders aus, aber es ist im Endeffekt eigentlich alles das gleiche. Hier, Klimaanlage, Sitze finde ich ganz cool eigentlich, da haben sie ein bisschen anders gemacht. Ja, also, ich hatte erwähnt, die Dinger 220 PS Serie und 350 Nm. Allerdings hat der Kollege schon von der Eingangsleistung her 246 PS und 388 Nm gemacht. War gut. Und dann haben wir gemessen danach mit der Leistungssteigerung 300 PS und 500 Nm. 499 waren es, ja, 499 waren es. So, ich muss aber allerdings dazu sagen, der Wagen war schon sehr heiß, weil wir auf unserem Prüfstand mit der Doppelrolle leider beim Frontantrieb wirklich, wirklich Traktionsproblem haben. Und wenn das Ding 500 Nm in den Beton ballert, ja, oder auf die Rollen zaubert, dann ist das schwierig mit Traktion. Das heißt, ich musste hin und her probieren, nach vorne, nach hinten, so ein bisschen mit dem Prüfstand, mehr zurren, weniger zurren, bis es dann funktioniert hat. Ja, dann hatten wir 51 Grad an der Lüfttemperatur, könnt ihr euch ausrechnen. Also ein Auto, so wie es hier steht, hat um die 320, 325 PS, ne, das steht fest. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ding geht. Ist übrigens für mich auch das erste Mal, ach scheiße, muss da nur einmal drauf drauf gucken, das erste Mal, dass ich so ein Octavia RS fahre. Ja, ich bin noch selber nie eingefahren. Guck mal. Versammenschön, Distance, Speed. So. Meine abgeschwerte Teststrecke wird gerade für jemand anderes benutzt, das heißt, wir müssen mal kurz warten, ja. Also, im Endeffekt, wie gesagt, würde ich sagen, geht das Ding, ja, wegen GTI. Ist nur einiges günstiger. So. Ich glaube, selbst die Ansaugung, selbst die Carbon-Ansaugung, obwohl die Stoßstange vorne ein bisschen anders ist, müsste eigentlich eins zu eins passen. Das einzige Problem, was wir bei dem Ding haben, das ist dasselbe Problem, was wir auch bei den GTIs haben, ist Frontkratzer. Frontkratzer, viel Leistung, viel Drehmoment, viel, viel, viel Schlupf. So. Weil, ich zeige es jetzt mal. Wir fahren jetzt mal 30 km a und latschen einfach mal komplett durch. Ging jetzt sogar. Das war das 120 km a, 140 km a, 160 km a, 170 km a. Ist flott. Ist wirklich flott. Ah, ich glaube, der hat ein bisschen Luftdruck runtergemacht. Ich hatte ihm gestern gesagt, hör mal, senkt den Luftdruck ein kleines bisschen, dann hast du mehr Traktion. Ja. Hat er, glaube ich, gemacht. Das war gut jetzt. Leistung ist wirklich ganz cool. Wie gesagt, würde ich euch jedem empfehlen, wenn du so ein, wie, also 2 Liter TFSI, wenn du so ein Ding fährst im GTI oder im Octavia oder, äh, oder, sag ich mal, im, ähm, sag schon. Ach. Fällt mir jetzt nicht ein, ich muss kurz grad gehen, Moment. Der zweite Gang. Marschiert. Supergeil. Echt flott. Das ist ein flotster Auto. So. Und 170. So. Und das ist hier meine Teststrecke. Ich hatte ja gesagt, alles was so über 180 ist, ist hier wirklich flott. Das ist flott. Ähm, Seat Leon Cupra. Genau. Ist auch alles zweite TFSI, wobei das mehr so Golf R Motor ist. Ähm. Mit einer Strecke. Und das Software unter dem Daumpipe, seid ihr da eigentlich wirklich bedient? Gut, in Deutschland könnt ihr eine Daumpipe nehmen mit Cut, ja, also, sag mal so, so, so ein H&S Cut da drin, ja, 200 Zeller oder 100 Zeller. Und jetzt machen wir wieder, hier, Comfort Mode. Jetzt fahren wir das Auto übrigens wieder lang, äh, beziehungsweise wieder etwas kalt, ja. Weil der Wagen hat die Temperatur, grad eben wo wir losgefahren sind, weil der Kunde ihn grad gebracht hat. Jetzt haben wir gerade gestopft, jetzt fahren wir ihn wieder kalt. Und wie ich das mache, ich schaue mal auf die Öltemperatur, ja, ähm, dass die Öltemperatur irgendwann wieder runter geht auf Normalbetrieb, was so 100 Grad ist hier bei uns bei dem Wetter momentan, ja, und dass der Lader sich abkühlt. Denn das Schlimmste, der Tod für jeden Lader, ja, es gibt, der Lader hat zwei Tote, zwei Tote, das stimmt so gar nicht, ne? Auf jeden Fall, der Lader, den Lader kannst du kaputt machen oder tot machen, ja, oder töten, wenn du zwei Sachen machst. Nummer eins, kalt treten. So, kalt treten ist der Tod, weil, das Öl, ja, was den Lader quasi schmiert im Endeffekt, ja, ist noch zu kalt, ja, das heißt also, die Lager und, 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 das ist scheiße, ja, außerdem haben wir Materialausdeckung, wenn was heiß wird, dreht sich aus, wenn es kälter wird, geht es wieder zurück, ja, das heißt, wenn der Motor, wenn der Lader auch zu schnell heiß wird und nicht, ihr nicht erlaubt, dass die Temperatur kommt, ja, hast du irgendwann Probleme mit dem Ding, ja, wirklich Probleme. So, warum ist das Kaltfahren so wichtig? Wir stoffen das Ding jetzt, ja, machen Ladedruck, das ist übrigens auch, selbst wenn du ein Auto hast, was serienmäßig, ja, Turbo aufgeladen ist, bitte, 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 Leute, immer kalt fahren, das ist ganz wichtig, ja, weil am Ende ist nämlich das Schreien groß, wenn der Lader platt ist. So, kalt fahren, warum? Der Lader wird hier unglaublich heiß, ich meine, die glühen ja teilweise, so, jetzt glüht das Ding, so, jetzt glüht das Ding und du machst ihn sofort aus, ja, kühlt er sich zu schnell ab, ja, er kühlt sich zu schnell ab und genau so hast du dann irgendwann die Dichtungen platt und, 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 ja, also, schwierig, 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 ja, also, darum macht dieses obligatorische Nachlaufen, das gibt der Turbo-Timer, du machst den Motor, du machst quasi die Zündung raus, den Schlüssel raus, der Wagen läuft nochmal 60 Sekunden weiter, um halt den Lader runter zu kühlen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur warm, sondern auch kalt fahren. So, jetzt ist meine kleine Probefahrt zu Ende, Sie seht, jetzt bin ich gerade zwei, drei Minuten ein bisschen langsam gefahren, Öltemperatur ist jetzt runter, ja, der Lader müsste jetzt auf Normaltemperatur wieder zurück sein, ja, alles super, jetzt können wir gleich stehen bleiben, mein kleines Outro machen und dann können wir den Wagen abstellen, ja, ganz wichtig, gerade hier bei uns, bei der Mega-Hitze ist es super krass, so, für die Leute von euch, die einen Skoda Octavia RS haben, schickt uns eine E-Mail, info-at-simum-motorsport.com, da leiten wir euch weiter, denn wir haben ja auch einen Stützpunkt in Mannheim, so, also, Mannheim, könnt ihr hin, gibt Software von uns, Daumenpipe, alles was ihr haben wollt, ja, wir haben da einen Allradprüfstand, Leistungsprüfstand, kann abgestimmt werden, gemessen werden, Software kommt natürlich wie gehabt und wie auch genaut, ja, also wie gehabt und wie ihr es kennt von mir, ja, das geht dann alles über E-Mail, funktioniert einwandfrei. So, das war's von mir, jetzt sehen wir uns, ich weiß, war ich jetzt schon auf der Tuning World oder war ich nicht auf der Tuning World, hm, das wissen wir nicht, ich denke, ich war schon auf, ne, ich denke, ich war noch nicht auf der Tuning World, also hoffe ich und freue mich, dass ich euch auf der Tuning World sehen kann, Tuning World Bodensee, wie gesagt, das ist Vierter bis Achter, glaube ich, war es, ne, bin ich am Start und hoffe ich, ich sehe ganz viele von euch und da sind noch ein paar andere Leute am Start und somit wir ein bisschen abhängen können, wird cool, bis dahin, bitte subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.